Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police. Und Freeburg hat auch intelligente, vernünftige Leute, die Schach spielen und sogar die Weltmeisterschaft erreichen. Eine Bombe? Das ist es? Was ist es? Das ist von unserem Mann. Was? Das ist von der privaten Detektiv. Was? Oh, nein, nein, Herr Boyd. Das ist von einem Agent Dixon. Okay. Ich bin sorry, dass ich nicht nachher konnte, bevor ich mich verlassen habe, aber ich werde sicherlich zurückkommen, um zu erzielen. Ethan. Bobby Flash, Diamonds and Thieves. Bobby Flash and the Card Shop. Bobby Flash and the Cats Club. Bobby Flash and the Temptations. Ah, that's what I need. Ich bin zu müde. Ich kann kaum noch geradeaus gehen. Der ist wirklich fertig. Jo, du kannst nach Hause. Ähm, die letzte Versuchung Neptuns. Was soll das für ein spannender Krimi sein? Ähm, ich bin mir fast sicher, dass der Geist des Vertreters der Täter ist. Aber ich weiß es noch nicht genau. Kann ich nach Hause gehen und das Buch zu Ende lesen? Nope. Kannst du nicht. Tut mir leid. So. Und dann mal hier. Ah, den Whisky wieder. Der hat es mir irgendwie angetan. Ich weiß man auch nicht. Cheers, Freunde. So, was haben wir hier? Atticus Corp in der Vorstadt. Mr. Boyd. Ich bin Ron Atticus. Wir hatten noch nicht das Vergnügen, aber ich bin mir sicher, sie sind immer mal wieder an meinem Wolkenkratzer vorbeigekommen. Ein wunderschönes Gebäude, für das ich gerne das umliegende Gelände erweitern würde. Ich habe alle nötigen Papiere für den Abriss eines kleinen Parks in der Nachbarschaft erhalten. Die Arbeiter stehen bereit, aber wie immer gibt es eine Menge Probleme mit den Bürgern. Frauen mit Kinderwagen und Hundeliebhaber, die behaupten den Park jeden Tag zu nutzen. Ich würde lieber nicht von ihnen verhaftet werden, weil ich einen der Demonstranten unter einer Schicht Beton begraben habe. Wenn sie ein paar Männer schicken könnten, um die Leute zu vertreiben, wäre ich extrem dankbar. Nee. Bin ich nicht gut. Jack. Ich hatte gerade ein sehr angenehmes Gespräch mit Mr. Devlin. Er war voll des Lobes über ihre Arbeit, hat eine große Summe für die Polizei gespendet. Genug um fünf, oder besser eher zwei neue Leute einzustellen. Machen Sie so weiter. Aha. Fünf Stellen sollten es werden. Es sind zwei geworden, aber immerhin. Aber so richtig was Gutes ist nicht dabei, ne? Ja. Schicht B ist okay. Da sind halt zwei weg, die hoffentlich gut ausgebildet wiederkommen. Also es wäre höchstens für Schicht A noch ein 160er. Ach nee. Nee, nee. Das ist schon gut so. Was haben wir sonst noch? Achso, das sind die freien Stellen. Genau. Stadtverwaltung. Oh, gucke mal. Können wir morgen wieder gucken. Ein Einbruch in der Nervenheilanstalt. Eine geistig kranke Frau hat sich aus ihrem Zimmer geschlichen und ist in einen gesperrten Bereich eingebrochen, in dem gewalttätige Verbrecher untergebracht sind. Sie hatte gehofft, mit ihrem Ehemann entkommen zu können, der auch einer unserer Patienten ist. Diesen Bericht haben wir soeben von Carl Cader, einem Arzt, erhalten. Die Frau hat die anderen Patienten aufgehetzt. Die Pfleger werden verprügelt, während die Einrichtung zerschlagen wird. Sie haben sich dort eingeschlossen und stacheln sich gegenseitig auf. Mehrere Pfleger haben sich da drinnen verbarrikadieren können, aber wir müssen sie schnell herausholen. Bitte beeilen Sie sich. Ja, wir gehen mal mit Purdy. Und hier mit... Purdy leitet das Ganze und die fahren mal mit. Und schon mal, ne? Ob's klappt. Mit Purdy an der Seite können sie eigentlich noch was dazulernen. Das ist ja meine Hoffnung und meine Intention. Feuergefecht in Chinatown. Der Zeuge sagt, dass ein dunkler Wagen plötzlich mitten auf der Straße angehalten habe. Ein Mann mit einer Pistole sei herausgesprungen und habe durch ein Fenster in ein Restaurant geschossen. Der Anruf, oder dachte, dass jemand zurückschoss, war sich aber nicht sicher. Das ist was für SWAT. Und da schicken wir auch mal drei gute Leute hin, in der Hoffnung, dass sie auch zurückkehren und möglichst auch noch den Schützen verhaften können in Chinatown. Psychiatrie, alles super gelaufen und Erfahrungspunkte dazubekommen. Und jetzt geht's noch ums Feuergefecht. Entführung im Desire Park. Okay. Das schicken wir mal. Wen schicken wir denn mal vor lauter Schreck? Ich würde sagen, wir schicken mal Mowl. Kommen wir Armstrong auch noch dazu packen. Und hier sollen wir noch Verstärkung schicken. Ja, wir können Playtonic, können wir noch schicken. Das ist okay. Und dann wollten wir uns das nochmal angucken. Allerdings müssen wir erstmal schauen. Der hat frei, der Newberry. Müssen wir also morgen machen. Damit unsere Verhaftungschance größer ist. Das wollen wir nicht verkacken, Freunde. Es geht um die Sands und um 200.000 Dollar Belohnung. Ich glaube, das ist schon der Vorletzte, oder? Wollen wir nochmal kurz reinschauen? Ne, das wäre dann, genau. Wenn wir das haben, kommen wir an den nächsten. Und dann würden wir an den nächsten kommen. An Christopher G. Sands. Und an 200.000 Dollar Belohnung. Und das ist dann gar nicht mehr so weit von 500.000 weg, um ehrlich zu sein. Das wäre natürlich ziemlich nice. Feuergefecht hat gut geklappt. Sehr, sehr fein. Auftrag für die Sands. Was? Mit der Eröffnung von Ermittlungen zur Entführung haben sie unsere Angelegenheiten reingefuscht. Es wäre besser für uns beide, wenn das alles bis 13.32 erledigt wäre. Hoffentlich decken 2.500 ihre Ausgaben. Aber die... Weiß ich nicht. Dass ein kleines Mädchen entführt wurde, oder was? Die 6-jährige Alex ging mit ihrem Vater zum Spielplatz im Park und verschwand am helllichten Tage. Finde ich nicht gut. Sollte man schon klären. So, versuchter Raub. In der Bank von Freeburg. Ein Bankangestellter hat drei Männer mit Kapuzen bemerkt, die mit Sporttaschen in die Bank gekommen sind. Der verängstigte Mann hat ins Telefon geflüstert. Beeilen Sie sich. Ich denke, die wollen uns ausrauben. Warum sonst sollten sie diese Taschen dabei haben? Vielleicht wollen die danach noch golfen gehen oder so. Nee, da schicken wir mal... Nicht so gut, Leute. So, und dann gucken wir uns das mal an. Dennis Chapman hat berichtet, dass sein Nachbar zwei junge Mädchen gegen ihren Willen in seinem Bunker festhält. Der alte Idiot hat den Verstand verloren. Er glaube, dass Aliens kommen, um uns zu vernichten und bereitet sich auf die kommende Katastrophe vor. Er hat einen Bunker gebaut, Essen eingelagert und irgendwie die beiden Mädchen runtergelockt. Ich kann sie weinen hören und wollte helfen, aber Plouffe hat mich mit seiner Schrotflinte bedroht und gesagt, ich soll mich nicht einmischen. Mr. Chapman hat auch erklärt, dass der Verdächtige Frauen bräuchte, um die Erde nach der Katastrophe neu zu bevölkern. Das ist krank, Freunde. Das ist richtig krank. Bunkerstürm. Und Fall, mein Freund, ich hoffe, du hältst lange durch als Spitzel. Betrug im Bürogebäude, das ist was Leichtes, oder? Ich habe eine ordentliche Summe für diese Reise hingeblättert. Sie lassen sich nicht erwarten wie eine dumme Gans. Boah, naja, also das können wir mit den beiden machen. Da dürfte eigentlich nicht viel schief gehen. Dürfte eigentlich auch keiner sterben. Die ist ein bisschen unzufrieden mit ihrer Reise. So, versucht der Raub. Sag ich doch, die Männer waren vom Sport gekommen, wollten nur kurz in der Bank Bargeld holen. Ich hatte ja getippt, sie wollen zum Sport hin. In der Nähe des Bunkers steht ein Mann mit unruhigen Augen, der seine Hände ringt. Geht weg, ihr dreckig Aliens. Mich und meine Frau kriegt ihr nie. Ähm, die Waffen senken. Sie müssen uns helfen, die Welt zu retten. Der Präsident wartet auf sie. Na. Was? What the fuck? Zivilisten getötet. Aha. Hat er die noch getötet, bevor er sich ergeben hat, oder was? Mist. Da hat es mal nicht geklappt mit der Psychologie. Unsinnliches Verhalten. So, hier müssen wir mal gucken. Da müssen wir ein paar Leute schicken. Bam. Der Verrückte hat versucht, ihn zu erwürgen. Ein Autor hat einen Lektor angegriffen. Das geht nicht. Ah, die hat die Reisedaten vertauscht. Das ist, äh, vermisste Person am Strand. Und hier haben wir unsinnliches Verhalten in der Öffentlichkeit. Ein nackter Mann fährt mit einem Motorrad durch die Stadt. Jo. Hat eine Pistole dabei und schießt hysterisch lachend in die Luft. Er ist durchgedreht und gefährlich. Uh. Uh. Ja. Der ist heftig. Schicken wir mal Purdy und Playtonic. Gucken wir uns hier mal die Sache an. Ein Pizzabote. Ist er morgens für eine Lieferung losgefahren? Welcher Pizzadienst hat denn morgens schon auf? Ist bis zum Abend nicht wiedergekommen. Der Besitzer hat ausgesagt, dass seine Boten schon öfter angegriffen, ausgeraubt worden und dass er sich große Sorgen um den jungen Mann macht. Der Vermisster heißt Robert Derry und ist für seine laxe Arbeitseinstellung bekannt. Er wäre schon einmal beinahe wegen ständigen Fehlen gefeuert worden. Naja, bleiben ja nur die beiden. Vielleicht hat er auch einfach nur gekündigt. Aber dann kann man ja wenigstens mal Bescheid sagen. Hier, schnauze voll, ich komm nicht mehr, mach dir keine Sorgen. Hm. Mysteriös. So, bereits vor Ort. Wir können Chewbaki nochmal schicken. Illegaler Waffenhandel. Ach du Kacke. Boykow kniet auf dem Redakteur und wirkt ihn. Pfefferspray. Hm. Pfefferspray, Freunde. Wir machen da mal keine Kompromisse mehr. Gut. 20 Sekunden, das könnte reichen, bis hier noch ein paar Leute zurück sind. Vermisste Person. Jo. Wir hatten ein paar junge Frauen getroffen am Strand. Und das unsittliche Verhältnis ist auch gut geklärt worden. Prima. So, 10 Sekunden haben wir noch. Purdy ist auf jeden Fall gleich wieder am Start. Boom. Okay, ein angetrunkener Besucher ist in einer Bar. Gut, wir schicken mal erstmal die drei. Gucken wir uns jetzt die Geschichte nochmal schnell an. Bam. Ein Passant sagt, dass eine Gruppe Sportwagen mit wahnsinniger Geschwindigkeit die Straße herunterrasen. Die werden jeden überfahren, der ihnen in den Weg gerät. Die brennen sind für nichts und niemanden. Powers. Fontenot und Kojak schicken wir mal. Weil Fahl und Schorn müssen wir vielleicht noch hinterher schicken gleich. Drei neue Schnapsches. Okay. Keine neuen Ansicht. Das gucken wir uns an. Ja. Das gucken wir uns an. Ich glaube, es gab einen Denkfehler. Ich habe ein Bild falsch gedeutet. Der steigt nämlich nicht aufs Pferd. vom Pferd ab, sondern steigt aufs Pferd drauf. So, jetzt gucken wir uns erstmal den illegalen Waffenhandel an. Die Bars voller Gäste und Zigarettenrauch. Auf dem Boden liegt ein dürrer Mann. Der Barkeeper wischt die Theke mit einem schmutzigen Tuch ab. Weg nach hinten. Der Barkeeper lässt das Tuch fallen. Seine Hände verschwinden unter der Theke. Der dünne Mann am Boden beginnt sich zu übergeben. Hände dort lassen, wo ich sie sehen kann. Okay. Sehr cool. Und wir haben noch Beute gefunden. Und das sogar ohne genau zu wissen, was da los war. Ich habe es mir nicht komplett durch. Ich gebe es zu. Werde ich nicht mehr machen. Macht nämlich Sinn, dass man weiß, was da abgeht. Fahrlässige Gefährdung. Tippi-Toppi. Die Sportwagen-Crew gefangen. Wunderbar. War durchaus in Ordnung. So, jetzt der große Tag mit Newberry. Hier ist alles schick. Öffentliche Toiletten müssen dringend überholt werden. Okay. Big Food Athletic Schuhladen organisiert. Marathon für guten Zweck. Und Zahl von Bussen auf allen Strecken erhöht. Mensch, Freeburg geht's gut. So, wir haben ein Abzeichen zu vergeben. Ich denke, das sollten wir auch tun. Und es kriegt ruhig mal... Hier, die sind gut bestückt mit Abzeichen eigentlich. Hier haben wir auch super Detectives am Start. Finde ich richtig nice. Wir könnten natürlich hier Degar eins geben. Oder wir geben es Bailey. Dann hat die zwei. Oder Degar. Wir geben es mal. Oder wir warten auf die B-Schicht, oder? Ja. Wir warten es mal. Wir sammeln mal. Gucken wir uns mal die B-Schicht an. Ob sich das nicht vielleicht lohnt. Eher noch als hier eine A-Schicht. So. Begräbnis für Janis Grant. Ja. Mit militärischen Ehren. Der Spitzel wird bezahlt. Wir gucken, wie es hier aussieht. Nichts Gutes am Start. Wir werden natürlich wieder alles nachfragen. Und gucken uns die Ermittlung hier nochmal an. Und ich habe ja schon gesagt, der steigt nämlich aufs Pferd rauf nicht runter. Das heißt, der kommt geritten. Klatscht die Scheibe kaputt. Er kommt rausgucken. Kriegt ein paar Meter Peitsche. Wird getreten. Und das... Ja. Das war noch das fehlende Ding. Oder der Denkfehler in der Geschichte. So. Dann haben wir Martin Sand schon mal. Den wir uns jetzt natürlich schnappen. Mit Bailey und mit Degar. Und mit... Oh, man ist jetzt eigentlich nicht geguckt. Er genießt es alleine auszureiten. Komm, wir schicken SWAT mit. Ich habe keinen Bock, das zu verkacken. Bewaffneter Raub. Da können wir auch keinen SWAT schicken. Bin ich ja beruhigt. Oder auch nicht. Vier Männer haben einen Lastwagen vor einem Deiner angehalten. Und dann den Fahrer aus dem Wagen gezehrt. Der Koch des Deiners hat angerufen. Jetzt durchsuchen sie den Lutzer. Und einer der Männer hat... Männer hat eine Xat bei sich. Okay. Gut. Kingston. Nordländer. Antanashi. Also. Laster wird durchsucht. Und eine Axt ist am Start. Okay. So, Leute. Fahrt mal ein bisschen schneller. Dass wir die Cops wieder kriegen. Und das SWAT-Team. Und Atticus Corp ist immer noch aktuell. Ist ja ein Ding. Wie lange müssen wir das machen, oder was? Erpressung. Was ist denn da los? Wir haben eine Beschwerde von einigen Schülern erhalten. Die sagen, ihr neuer Sportlehrer würde von ihnen Geld für gute Noten erpressen. Das geht auch nicht. Da schicken wir hier mal. Und Sanu schicken wir auch mal mit. Der alte Hase. Ich glaube, der kann ganz gut mit Lehrern, oder? Der kann überhaupt gut mit Leuten. Guter Mann. So. Erpressung und Angriff. Täter gefasst. Und Newberry ist jetzt wieder die Nummer 1. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Und Orson Sands. Ermittlung beginnen. Und wir schicken... Ach, Newberry. Wollen wir Newberry wieder schicken? Wir sollen hier noch jemanden hinterher schicken. Bewaffneter Raub im Blitzcafé. Wir könnten natürlich noch Alejandro schicken. Mit 230. Wäre ja noch eine Option. So, wir warten mal, bis das SWAT-Team zurück ist. Und dann wird Newberry ermitteln. So, hier wollte ich auch mal gucken, wie es aussieht. Detectives. Ja, das ist okay. Das ist okay. Kann man so machen. Ach du Kacke. Was ist denn jetzt kaputt? Die Polizisten kommen während einer Pause an der Sporthalle an. Und als der Sportlehrer sie bemerkt, versucht er zu fliehen. Allerdings ist der Ausgang mit einer Kette gesichert. Und die Fenster alle mit schweren Stahlgittern versehen. Wie man es kennt aus Turnhallen. Schön. Handschellen hervorziehen. In seiner Panik klettert der Lehrer eines der Seile hinauf, das von der Decke der Turnhalle herabhängt. Ich kann warten. Meine Schicht hat gerade erst angefangen. Er kann ja nicht raus. Das finde ich gut. Das war bestimmt Sanu. Alter, ganz entspannt, weißt du? Kein Problem. Gibt es mal einen Jump jetzt? Ja, endlich. So. Wir schicken Newberry, Sims und Faust. Die anderen behalten wir mal noch zurück. Oder wir können auch... Ja, wir können den Wolf nochmal schicken, oder? Dann kriegt er auch ein bisschen Erfahrung. Mafia-Auftrag. 21 Uhr. Schauen wir mal. Angriff im Dom. Ein älterer Obdachloser wurde dabei erwischt, wie er gegen die Mauer des Doms urinierte. Und dann wurde ein Gemeindemitglied wütend, hat ihn auf den Boden geworfen und geschrien. Du bist ein Tier, du hast es nicht verdient, auf seiner Erde einherzugehen. Alter, das ist aber auch nicht sehr christlich. So, bewaffneter Raub. Täter gefasst. Barmte unversehrt. Zivilisten unversehrt. Sehr cool. So soll das sein. Jetzt haben wir hier eine verdächtige Person und eine unerlaubte Versammlung. Ein Mann hat den Notruf gewählt und hysterisch geflüstert, dass er in der Küche sei und Mephistopheles für einen dringend vorbeigekommen seien. Das ist der gottverdammte Teufel. Kommen Sie und schnappen Sie ihn. Nein. Für den Teufel sind wir nicht zuständig. Falsche Nummer. Bewaffneter Raub ist heftig. Was haben wir denn hier? Autofahrer haben sich versammelt und gegen die neueste Erhöhung der Fahrzeugsteuer protestiert. Hier, dein Zeug hat ausgesagt. Sie haben ein paar Reifen angezündet, aber ansonsten benehmen sie sich gesittet. Sie haben einen bewaffneten Raub. Ähm. Die benehmen sich ganz gesittet. Also wir schicken mal die zwei und den Mannschaftswagen, oder? Geht nicht. Schicken wir Chambotta nochmal mit. Chambada. Und bewaffneter Raub ist was für... Für die Besseren unter uns, finde ich. Für Kingston und Antanashi. So, der Betrunkene hat seinen üblichen Saufkumpan mit dem Teufel verwechselt. Ja, passiert. Bailey und Huang. Alles gut. An der Kirche. Konnten wir klären. Und die Ermittlungen hier haben begonnen. Noch eine Entführung. Genau. Orson Sand hat Timothy Wayne entführt. Das ist eine wichtige, wichtige Ermittlung. Und das andere ist die Ermittlung des kleinen Mädchens, ne? Vandalismus in der Vorstadt. Der Veteran Daniel Crockett behauptet, sein Nachbar, ein Student würde immer wieder auf seine Veranda scheißen. Sehen Sie sich das nur mal an. Er hat bald alle Stufen vollgekackt. Das muss aufhören. Jo, schicken wir mal Nordländer. Ein Würdenträger aus dem Büro des Bürgermeisters wird heute einen Buchladen besuchen, um seine Autobiografie, die Angelegenheit des großen Mannes zu präsentieren. Es ist nötig, dass seine Sicherheit gewährleistet wird. Alejandro. Cool, haben wir mal jemanden übrig? Na, gucke mal. So, wie soll noch jemanden schicken? Die Lage ist ernster, als wir dachten, wir benötigen Verstärkung. Ich würde gar noch mal schicken, weil wir ihn gerade zur Verfügung haben. Und mit Chabatta habe ich, oder um Chabatta habe ich ein bisschen Angst. Mehrere Leute sind auf der Straße. Zwei davon tragen Baseballkappen. Beide sorgfältig beobachten. Der Verdächtige schlägt einen Polizisten und greift nach seiner Waffe. Mit dem Taser auf ihn schießen Kingston und Antanashi. Sehr, sehr gut. Taser ist einfach klasse. Taser und Pfefferspray. Pfefferspray. Das sind gute Sachen, die kann man gut benutzen. So. So, unerlaubte Versammlung. Das hat gut geklappt mit Chabatta. Und DeGar noch mal als Verstärkung war, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Und der Vandalismus. Die eigentlichen Schuldigen waren streunende Hunde. Okay. Angriff in der Gießerei. Jo, nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit. Die Zeit nehmen wir uns. Jump und los geht's. Wütend über die letzten Lohnsenkungen in der Fabrik hat Adair Orte. Orteeth. Sein Chef angegriffen und schwer verprügelt. Seine Mitarbeiter fürchten, dass Mr. Orteeth den Verstand verloren hat und haben die Polizei gerufen. Ein Arbeiter mit rauer Stimme sagte, Wir hatten immer Probleme mit Adair. Er wird schnell wütend. Aber diesmal ist es anders. Seine Augen sind blutunterlaufen. Er knurrt wie ein wildes Tier und ist kurz davor, den Chef in einen Bottich mit flüssigem Metall zu werfen. Das ist nicht gut. Da müssen wir mal ein paar Leute schicken und zwar ein paar gute. Vier. Vier gute Leute. Aber wir haben jetzt Nordländer und Antanashi wieder am Start und Sanu. Also alles gut. Das können wir schon mal machen. Drogenschmuggel am Hafen. Ein Zeuge hat im Hafen mehrere von Dutzenden von bewaffneten Leuten umringte Autos gesehen. Dort wurde etwas Verdächtiges aus einem Container verladen. SWAT, Mannschaftswagen, Nordländer, Antanashi und Sanu. So, klare Sache. So, Hafen ist weit weg. Jetzt gucken wir uns die Geschichte erstmal an. Oh, der steht über einem Behälter voll geschmurzend Metall. Er trägt einen Schutzanzug und hält seinen bewusstlosen Chef am Hals gepackt, während er wie ein wahnsinniger schreit. Verdächtige und Opfer wegstoßen. Warnschuss auf den Verdächtigen schießen. Wegstoßen finde ich ja auch schwierig, oder? Aber ich meine, hier ist noch ein Geländer. Ui, 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 ui. Gut, hat geklappt. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Die kommen zurück, die anderen fahren hin. Hätten auch gleich da bleiben können, oder? Naja. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Geschichte an. Ob wir da noch jemanden schicken müssen bei dem Drogenhandel. Nö, sieht gut aus. Ja, tipptopp, wunderbar. Ohne ein bisschen Heroin zum Verkaufen. Ja. Wir wissen nicht, warum sie das getan haben, aber wir hoffen, es war ein guter Grund. Vergessen Sie nicht, wer hier Freunde sind. Wir wollen keinen weiteren Ärger. Oh. Ja, ja, wir müssen jetzt natürlich mal langsam auch, äh, mhm. So, wie viele Schnappschüsse haben wir denn schon? Drei. Das reicht noch lange nicht. Ähm, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir den guten Sand nicht allzu unglücklich machen. Anonymer Hinweis, dass ein Autohaus in der Stadt genutzt wird, um Heroin zu schmuggeln. Die anonyme Quelle behauptet, die Drogen sind in einem Ersatzreifen versteckt. Ihr findet das schon. Boah, schicken wir mal die drei los. Gucken wir mal. Swatting geht nicht. Ist nämlich noch nicht zurück. Ähm. Weiß nicht, falls, aber es kommt nichts mehr rein. Da hätten wir auch noch jemanden mitschicken können. McNamara zum Beispiel. Okay. Und? Und? Wie wird's ausgehen? Drogen im Autoreifen? Ah, der fragwürdige Hinweis kam von Konkurrenten, die den Ruf des Autohändlers schädigen wollten. Naja. Naja. Naja gut. Wenn das Leute sehen, dann sagt man hier bei denen, war die Polizei gewesen, irgendwas mit Drogenschmuggel. Kann schon sein, ja. Och, guck mal, die Mafia mag uns aber immer noch. Also alles im grünen Bereich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschüss. Dein Numi. Dein Numi.